So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario Galaxy und wir haben Post bekommen. Okay, waren nur ein paar Leben. Ist jetzt schon, glaube ich, eine Weile her, dass wir das letzte Mal Mario Galaxy auf dem Kanal hatten. Ich kann ja kurz sonst mal auf dem Handy schauen. Ja, ist schon was länger her. Das letzte Mario Galaxy Video war ein Monat her oder so. Wollen sich davon abhalten. Ich weiß jetzt einfach nicht mehr ganz genau, was wir letztes Mal gemacht haben. Und warum gibt es jedes Mal Bonussterne? Okay, nee. Ich würde sagen, diese zwei Bonussterne machen wir jetzt nicht. Sondern wir machen hier gerade weiter. Wir machen das dann vielleicht irgendwann mal anders. Aber weiter geht es auf jeden Fall in der Eis-Vulkan-Galaxie. Und die sieht doch mal interessant aus. Und ich darf jetzt schon mal das Fenster aufmachen, weil es scheiße warm hier. Okay, die Welt hat ein interessantes Design bis jetzt. Ähm, ja, soweit ich weiß, sollte das jetzt das erste Video vom Sonntag sein. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob ein zweites heute folgen wird. Ähm, weil ich relativ viel Zeitdruck gerade habe. Aber ich habe es mir vorgenommen. Schlimmstenfalls kommt das Video dann Montag. Ähm, ja, ich versuche heute auf jeden Fall noch ein zweites Video rauszuhauen. Also, ähm, es sollte noch ein League of Legends Part oder so drin sein. Ob hier denn auch wirklich heute kommen wird, ist dann die andere Frage. Okay. Es kann sein, dass ich mich komplett täusche. Aber bis jetzt ist es einfach nur durchrennen. Und extremst einfach. Ich renne einfach nur durch. Mir ist vorhin einfach nicht eingefallen, dass ich jetzt so eine Wirbelattacke in der Luft machen kann. Ich kann mal... Ihr wisst, was ich meine. Ich habe vorhin einen kurzen Grammatikfehler gemacht. Mir ist es jetzt aufgefallen, dass ich... Ja. Und das wäre es dann jetzt wohl gewesen, glaube ich. Werde ich wieder extremst zusammengecuttet haben. Einfach weil es... Es ist nicht spannend, sonst. Ich so, keine Ahnung. 38ster Stern. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, ein Lava-Level. Ah lol, ich kann hier Schlittschuh fahren. Das ist mir bis jetzt auch noch nicht aufgefallen. Ist jetzt gerade ein random Kommentar, aber irgendwie habe ich Bock auf GTA. Das Problem ist, es ist viel zu warm. Und jetzt geht es weiter mit unserem eigentlichen Lava-Level. Ja, okay. Ich werde jetzt wahrscheinlich extremst viel zusammengeschnitten haben oder weggeschnitten haben. Einfach weil... Es ist nicht spannend gerade, was hier passiert. Also das sage sogar ich. Ich springe einfach nur ein bisschen rum und mache so einen kleinen Parkour. Aber das ist nichts... Wirklich, äh... Keine Ahnung, Ansprechendes oder so. Ich hasse die Kamera. Ich hasse die Kamera in dem Spiel. Ähm, ja, ich rede jetzt ein bisschen über diese zwei Video-Pro-Woche-Thematik. Ähm, und zwar ist jetzt an sich, ähm, noch League of Legends für dieses Wochenende geplant. Ja, geht. Ähm, ja, wie gesagt, es ist gerade League of Legends noch für dieses Wochenende geplant. Also, Mario Galaxy soll jetzt das erste Video sein. Und dann soll noch League of Legends folgen. Äh, die Frage ist, ob ich das heute noch geschnitten bekomme. Also, einigermaßen gut geschnitten bekommen. Äh, und ja. Ich glaube, League of Legends wird dann auch nicht ein allzu großes Video. Vielleicht eine Runde rankt mit Kayn und... Ja, also nix allzu Großes. Aber ich glaube, es sollte noch reichen, weil... Mario Galaxy ist jetzt nicht so eine große Sache. Also, ich meine... Ich springe ja einfach nur ein bisschen um, mach so Parcours-Sachen. Also, ich finde es ja selber nicht mal anstrengend oder... Großartig unterhaltsam. Also, ich glaube, das sollte auf jeden Fall noch reichen. Vielleicht etwas später am Tag, aber... Ich glaube, ich habe auch schon den Titel für das Video. No Skin Hater macht das Fenster auf. Das ist gerade wirklich das Spannendste, was im ganzen Video passiert ist. Ja, ich fahreck. Und jetzt haben wir den 39. Stern. War wieder mal nix kompliziert. Ich habe natürlich auch nicht so verkackt. Und auch nix Spannendes, aber ja. Und jetzt der letzte Stern in dieser Galaxie. Überholt den Schatten. Oh, ne, ich kenne die Musik. Okay, jetzt gibt es einen eigenen Schatten von mir selber, oder? Und der kopiert all meine Bewegungen. Also, den gibt es, glaube ich, zum ersten Mal, oder? Ah, ne. Das ist ein anderer. Ups. Oh, ich habe jetzt gerade von dem anderen Schatten aus Mario geredet. Wie kann ich jetzt schli-schu? Oh. Komm ich damit, wenn ich den anderen? Okay, ich habe von einem anderen Schatten aus Mario geredet gehabt. Vielleicht kennen den ja einige, der ist einfach so komplett schwarz. Aber das ist ja in dem Fall jetzt auch keine wirklich große Sache, weil, ja. Der macht mir kein Damage, der fährt einfach nur mit. Und, ja. War jetzt auch wieder keine große Sache und nix wirklich Spannendes. Ich bin echt am überlegen, was ich mit dieser Videoreihe mache, aber ja. Somit hätten wir dann den 40. Stern, wenn ich mich nicht täusche. Ja, 40. Und wir hätten damit auch das Ende des Videos erreicht. Und in dem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Falls euch der Kanal gefällt, lasst gerne ein Abo da. Ansonsten macht's gut, bis dann. Ciao.